Nach Schlagzeilen rund um eine Schwangerschaft und gefälschten Babybauchbildern. Der Auswandererin zeigt sich Laura Müller mit ihrem liebsten Micha gemeinsam auf Instagram. Und da heißt es Pasta, Pizza und Amore. Denn beim gemeinsamen Lunch trütteln die beiden um die Wette. Da gibt es ein Küsschen vom Wendler, der seiner Traumfrau zuvor liebevoll die Haare über die Schulter legt. Und auch Laura scheint überglücklich an der Seite ihres Ehemannes. Die Influencerin strahlt und hält die Hand des Schlagerstars fest umschlungen. Nach dem Essen besichtigen sie dann einen Luxuscamper. Und der hat es in sich. Weiße Ledergarnitur, eine kleine Küchenzeile, ein großes Bett und auch sonst reichlich Platz. Heißt es vielleicht bei den beiden Wahlamerikanern bald ab in den Süden mit diesem Giganten auf vier Rädern? Eines ist nach diesen Aufnahmen jedoch sicher. Laura Müller im engen Minikleid ist schlank wie eh und je. Zu dem kleinen Schwarzen kombiniert sie hohe Stiefel, eine farblich passende Handtasche rundet das Outfit ab. Na, da könnte die Reise ja schon losgehen.